mal wieder Post von euch haben. Bitte schreibt uns doch mal wieder eure Meinung zur Sendung oder auch wenn ihr zum Beispiel Lust habt, mal als Zuschauer zur Sendung zu kommen. Adresse ist eingeblendet. Und zum Schluss gibt es jetzt die Multicolored Shades. Ihr Song handelt von einem Mann, der keine Probleme mehr mit der Verhütung hat. Er ist nämlich so alt, dass er seiner jungen Angebeteten nicht mehr gefällt. Und deswegen wünscht er sich ganz dringend eine Verjüngungskur, eine Team Sex Transfusion. Bis bald, ciao! Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018